das haus ist seit langem nicht saniert fast verwahrlost es hat keine tür nur ein fenster mit matter scheibe ich kann nicht raus niemand kommt rein denn ich bin unsichtbar ich schaue durchs glas dabei stelle ich mir vor wie es wäre für mich da drüben mit ihnen sie sprechen ich schweige still sie leben ich bin gelähmt sie lieben ich liebe mich am fenster nicht einmal selbst und